Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unserer Mystik-WG. Ja, lange haben wir sie vermisst. Endlich ist es wieder soweit. Wir sind hier im bescheidenen Kinderzimmer, wo es auch mal nach Geräuschen her reinregnet. Und irgendwer beschwert sich hier gerade. Ja, unser kleines Vögelchen ist es nicht. Und es klingt nach... Nach wem klingt denn das? Ach, das sind wieder die Leute, die hier unten an der Terrasse hocken, ne? Oh, falsche Richtung. Hier. Ja, das sind die, die sich hier unten wieder beschweren und nicht reinkommen aus gutem Grund. Ja, wir sind zurück. Alle sind hier wieder beisammen. Und wir müssen auf jeden Fall mal was essen hier mit unserer guten Amanda. Und schon Luca, der ist schon unterwegs. Ja, Tessie ist gerade fertig. Äh, sie möchte Bill zum ersten Mal küssen. Ich glaube nicht. Äh, Haus blitzeblank glänzend machen. Können wir das denn? Ups, ja, können wir. Dann, äh, Tessie, ne? Walte deines Amtes. Du kannst das ja hier einfach mal grandios. So, und wir gehen hier einfach mal ins Bett eine Runde schnubbeln. So, der Carsten, der hebt hier ein bisschen den Spaß nach oben. Weil, die Weile, das war im letzten Mal nicht so gut. Und der Carsten möchte auch mal wieder das Haus verlassen. Das verstehe ich total. Äh, Bill schläft erstmal eine Runde. Nora auch. Mila ist bald ausgeschlafen. Dann können wir ihr schon mal die nächsten Aufgaben geben. Ähm, wir müssen uns hier auch mal wieder ans Haus bauen machen. Äh, beziehungsweise Haus einrichten, umbauen. Weil wir machen ja hier immer Zimmer für Zimmer. Äh, ja, da müsste es mal bald weitergehen. So, wir brauchen hier auch was zu essen. Ähm, ja, Mila kann sich mal ein Pilzomelett gönnen. Und Sean-Luca holt sich jetzt da noch den Teller. U-Boot-Abenteuer bestreiten. Ist eigentlich auch eine echt süße Idee. Können wir gleich mal nach dem Essen machen. So, und wenn Carsten seinen Spaß hier voll hat, kann er mal Fisch in Chips beiseite stellen. Die müssen nämlich in den Kühlschrank. So. Wir gehen da schon U-Boot-Taucher spielen. Oh, die hier vor der Haustür gehen wir voll auf den Sack, ne? Das ist so mega anstrengend. Können wir euch nicht einfach mal irgendwie wegschicken, ähm, anknurren? Das will ich sehen. So, Carsten, räum mal weg. Und dann gehen wir hier mal eine Runde anknurren. So, Sean-Luca ist auch fertig mit Essen. Der bräuchte auch ein bisschen Soziales. Da kann er gerne mal ein bisschen mit Starlight sich beschäftigen. Da wird sich sicher drüber gefreut. So. Wie wird da drüben angeknurrt? Wow. Und ja, wir geben einfach mal alles. So. Carsten hat jetzt die Gute hier mal ein bisschen verschreckt. Die keine Kinder mag. Geistesabwesen. Und ja, alles klar. Ähm. Ähm, 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 ähm. Toll, ich kann sie alle nach drinnen einladen. Aber loswerden kann ich sie irgendwie nicht. Das ist ja, äh, ganz schlecht. Hä? Wie kann ich mich denn hier verabschieden? Alle reinbitten? Nach drinnen einladen? Aber ich kann sie nicht, äh, machen wir gar nichts, Carsten. Ich will sie mal verabschieden, bitte. Alle reinbitten. Ah, okay, sie geht nach Hause. Gott sei Dank. Wir haben sie anscheinend aus dem Limbus hier befreit. So, äh, lesen können wir hier auch mal eine Runde. Carsten, gönn dir. Wir gehen danach mal mit dir auf Reisen. Wir können auch mal ein paar Edelsteine mit dir suchen. Das müsste ja eigentlich auch funktionieren. So, sie steht hier draußen auch noch rum. Sollte sie eigentlich auch nicht unbedingt... Hä? Wir könnten sie natürlich auch wieder anknurren. Ist natürlich... Was macht Carsten da? Er springt hier einfach mal so durch die ganze Gegend. So, Carsten, zeig mal deine Fähigkeiten. Wir wollen sie gerne nochmal sehen. Vor allem mit dem zerfetzten Regenschirm in der Hand. Das sieht so Banane aus. Haha. Oh je. Okay, wir müssen den Regenschirm auf jeden Fall mal erneuern. Äh, Sean Luca, ist jetzt schon wieder Starlight verschwunden? Okay, Starlight ist einfach mal reingehauen. Was macht Sean Luca dann an der Stelle? Äh, Sean Luca kann mal mit Carsten reden. Beziehungsweise warten, bis der mal mit seiner Zeitung fertig ist. So, ähm, Amanda hat U-Boot gespielt. Das hat sie anscheinend sehr gefreut. Mila ist auch bald ausgeschlafen. Perfekt. Da ist sie ja sehr schön. Okay, wir wollen auch eine Kostümkiste kaufen. Flora hinterlässt Vermächtnis der Liebe. Oh, Flora Goodfellow ist gestorben. Nicht gut. Ähm... Zimt gewinnt. Super. Okay, ähm, nicht verzagen. Ihr beide habt euch ja auch noch. Das ist ja alles halb so wild. Geh mal eine Krimmasse schneiden schon, Luca. Das, ähm... Klappt bestimmt. Klappern Zähne, freundlich. Öh... Ich kann auch eine Runde Fang spielen. So, Promi-Hotspot gefunden. So, Carsten, du kannst dir gleich mal noch eine Toilette suchen. Das schmeißen wir mal gleich aus deinem Inventar. Du hast hier schon mehr als genug drin angesammelt. Das kann gleich mal verschwinden. So, wo ist denn hier eigentlich das Radio an da hinten? Äh... Lautstärke ändern. Öh... Umschalten auf. Wir machen jetzt hier mal was Vernünftiges an. Detailwäsche waschen können wir auch gleich mal. Und der Teller hier muss auch noch weg. So, anscheinend ist Mila wach. Alles klar. Nora, was ist mit Nora los? Warum schläft Nora nicht? Na toll, Mila macht das Klo kaputt. Ähm, wie sieht's hier mit Futter aus? Das geht alles noch so halbwegs. Äh... Tessi kann hier mal füttern, wenn sie aufsteht. So, was macht Bill, wenn er aufsteht? Bill kann auf jeden Fall mal duschen gehen. Äh... Geben wir da mal da hinten die Dusche. Können wir auch gleich noch sauber machen. Carsten ist unterwegs. Und schon Luca und unsere kleine süße Maus Amanda spielen Fange im Regen. Kann man mal machen. Gerade wo ich das aufnehme, hat's auch so mega gewittert hier in Berlin. Das war echt heftig. Wuii! Hä, hab dich! So, da hinten schwören die Geister rum. Alles klar. Da hinten ist das große Anwesen. Und hier ist unsere eigene Hütte. So, wir fliegen mal wieder hier in Highspeed-Geschwindigkeit. Und haben wieder eine Menge Kohle bekommen. Also, was sich die Mystic-WG auch schon so zusammenverdient hat, ist echt der Wahnsinn. So, Mila, was ist los? Du solltest dir doch eigentlich was zu essen besorgen. Jetzt ist Bill wach, der sich auch gleich duschen geht. Mila, mach mal hier das Bett. Okay, du bist zu müde, beziehungsweise brauchst ganz dringend was Soziales. Ich würde vorschlagen, du gehst jetzt einfach mal hier was futtern. Und danach schicken wir dir mal jemanden zum Quatschen. So, was ist denn jetzt mit Carsten? Wo ist der denn jetzt? Ach so, okay, er kommt gerade runter. Und danach räumt er den Teller weg. So, wir sind hier fleißig. Ja, das können wir machen. So, dann haben wir die Wäsche wenigstens auch mal gemacht. Das kommt weg, perfekt. Und dann können wir auch mal endlich die Toilette besuchen, weil gerade eben war das Bad noch mit den Kindern besetzt. So, Mila, roll mal den eigenen Teller weg. Das schaffst du, du bist groß. Und danach kann Carsten mal ein bisschen mit dir quatschen, weil die Kinder sind ja draußen immer noch putzmunter beschäftigt. Tessi muss irgendwen nach Hause einladen. Okay, Gehaltserhöhung will sie auch bekommen. Nora schläft noch fleißig. Bill ist mit Duschen fertig. Ach, seht ihr mal, Bill kann sich auch mal mit Mila beschäftigen. Das ist viel schöner. So, lieber Carsten. Ähm, du hast schon wieder Hunger. Äh, essen wir ein paar Frühlingsrollen. Und dann gehen wir gleich mal mit dir raus. Freude am Unglück. Ist ja auch gemein. Textnachricht schicken. Ähm, das mach ich mal weg. Das mach ich auch weg. Ja, mach mal alles mal weg. Großfleisch will er auch essen. Können wir rein theoretisch auch machen. Alter Leute, schaltet doch mal eure Handys aus. Das ist ja mega anstrengend. Ähm, da-dum, 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 da-dum. Flirten. Und mit Tiere so lange bla bla bla. Okay, können wir versuchen. Das können wir ja, Gott sei Dank. Ähm, irgendwo aussehen machen. Ja, Carsten haut mal wieder ordentlich rein. So, die Kinder können jetzt aber auch mal reinkommen. Es regnet da draußen jetzt schon eine ganze Weile. So, was wollen wir denn eigentlich hier? Einen Hund adoptieren? Joa, ist eigentlich keine so schlechte Idee. Hatten wir nicht irgendwann mal auch einen Hund adoptiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist eine sehr gute Frage. Sollten wir vielleicht eventuell mal nachholen an der Stelle? Ähm, wo ist Starlight eigentlich? Ich weiß jetzt nicht genau, aber wir können ja mal das Bett auf jeden Fall machen. Ja, und dann können wir ja auch mal ein kleines Bild malen, um uns irgendwie zu beschäftigen. Und unser kleiner John-Luca kann damit auch einfach mal spielen, um was zu machen. So, und ihr zwei seid ihr wenigstens hier noch lieb miteinander beschäftigt. So, wir können ja auch mal hier einen Schwebekuss geben, weil wir einfach so nett miteinander sind. Und sich mal verliebt umarmen. Ja, Mila ist einfach stark Powerfrau. Und einfach mal ganz normal hier küssen. So, Carsten, räum das mal noch weg. Und dann gehen wir jetzt mal mit dir in die Stadt und gucken mal, ob keiner guckt. Ähm, die Frage ist, wo wir hingucken. Wir können einfach mal hier zum Fest gehen. Äh, daran sollte uns ja nichts stören. Dann laufen wir einfach mal hier hin und gucken, was hier so ist. Ist ja gerade hier am Mittag und es regnet immer noch in Strömen, aber das wird unserem kleinen Wauzi ja nichts ausmachen. Ähm, das können wir denn hier großartig machen. Hier haben wir das Spukhaus. Da könnten wir ja auch mal eintreten. So, Carsten, schnapp mal deine sieben Sachen. Und dann komm mal her. So, Bill könnte rein theoretisch auch hier mit herkommen. Kommen sie alle mal raus. Könnte hier ein bisschen Kürbisse ernten. So, und Mila, äh... Ja, Mila, das ist die Frage. Was machen wir mit dir? Äh, Carsten hat das Gefühl, dass der Spiegel hätte ihn so eben zurück angestarrt. Ah, okay, mein Deutsch war jetzt auch ganz toll. Äh, Gesicht bemalen lassen. Ich kann auch mal hier einen Preis gewinnen. Wir gehen einfach mal alle hier ein bisschen vor der Haustür. So, Tessie ist jetzt auch wach. Wie praktisch. Haben wir hier gerade eine Toilette zur Hand? Perfekt. Tessie, komm mal hier aufs Klo. Und Hunger hat sie auch. Dann kannst du am Wettessen auch noch teilnehmen. So, schon Luca und die kleine Maus am Ende sind beschäftigt. Carsten ist auch schon wieder aus dem Gruselmusel raus. Ähm, ja, wir gehen einfach mal hier hin und warten auf Tessie. Dann können wir da zusammen am Wettbewerb teilnehmen. Ja, und dieser Regenschirm, den muss ich unbedingt, äh, mal ersetzen, ne? Wir können ja hier so lange noch Hau den Gartenzwerg spielen. Jetzt müssen wir was Nerdiges tun. Ein bisschen drauf umgekloppt. So, was ist mit Starlight los? Starlight hatte einfach nur Hunger, alles klar. Und, äh, wurde verlassen von einem Freund. Hm. So, Tessie, wie sieht's aus? Hm, irgendwann wird sie fertig sein. Perfekt. So, dann nehmen wir jetzt mal hier am Wettessen mit teil. Mila ist auch fertig mit Ernten. Können wir auch mal gleich, äh, mit teilnehmen. So. Oh, 29.000 Punkte. Nicht schlecht. Äh, und Bill... Ach, nee, Mila hat gar nicht geerntet. Bill hatte geerntet. So, wir warten auch immer auf jemanden, wenn ich, äh, muss Bill jetzt hier mal kommen. So, Bill, lass mal die Pflanzen Pflanzen sein. Komm mal her hier. Wir wollen ein bisschen Wettessen. Okay, jetzt gucken wir doch nur zu. Auch gut. Wenn sich unsere WG hier mal beschäftigt, ne? Dann hauen wir uns gleich mal alles voll. Ja, Prevla. Herrlich. Na, wer gewinnt? Hm, sie sehen aber relativ gleich auf... ...aus momentan. Hauen aber auch rein. Okay, bei Mila sieht es gerade ein bisschen weiter aus. Wow, Mila hat gewonnen. Wahnsinn. Haha, wie cool. Da ist Bill aber stolz, wie es aussieht. So, er kann hier aber gerne nochmal, äh, am Apfelbeißwettbewerb teilnehmen. So, sie hier bewundert ein paar Sims. Amanda hat das Bild fertig. So, und Carsten, du kannst hier, äh, mal bei meinem Apfelbeißen mitmachen. Oh, Tessie ist anscheinend gerade sich übergeben gerannt. Nicht so gut. Oh, manche Dinge in deinem Inventar werden mit der Zeit schlecht. Du solltest sie bald essen oder anderswo lagern. Okay, sollten wir auf jeden Fall machen. Aber vorher gehen wir mal zu Tessie. Mila Marine hat sich beim Wettessen als echter Kuchenprofi erwiesen. Sie hat ein Wochen... Sie hat eine Wochenration Kuchen und das Recht zu prahlen gewonnen. Ah, deswegen haben wir die Nachricht gekriegt. Wir müssen den Kuchen loswerden. So, wo bleibt denn der Carsten? Carsten, komm her. Ja, wir wollen hier, äh, mal eine Runde Wettfuttern. Hm. Hm. Okay, es wird nur notiert und angefeuert. Aber irgendwie macht keiner weiter mit. Und Bill muss bald zur Arbeit. Alles klar. Ähm, so. Mila, wo bist du? So, Mila ist hier. Sehr gut. Tessie, lustig, äh, lustiges Video zeigen. Können wir ja mal machen. Und, äh, äh, ich hab da einen Doktortitel prahlen. Auch gut. Können wir mal von Magie schwärmen. Das passt bestimmt auch. So, ihr zwei, geht das da jetzt los? Weil sonst muss Bill gleich mal los. Ha, jetzt geht's los. Alles klar. Es wird gefuttert um die Wette. Wir gucken mal von unten zu. Yay, anscheinend hat, äh, Carsten gewonnen. Oder er muss grad einfach ganz schnell wohin. Man weiß es nicht. Okay, ich glaub, er hat einfach zu viel gegessen. Das sieht nicht gut aus. So, er muss sich auch ein bisschen mit seinen Komplizen anfreunden. Das machen wir bald mal, Bill. So, Carsten muss schlafen. Carsten geht nach Hause. Äh, Nora. Oh, ich bin jetzt auf Nora gegangen, statt auf Mila und, ähm, Tessie. Auch nicht schlecht. So, dann hauen wir einfach mal vom Sommerfest ab. Und es ist ja auch immer noch schlecht. Äh, Herbstfest meine ich natürlich. Äh, ja, wir können ja auch mal das Toilettchen entstopfen. Äh, Tessie muss mal duschen. Das kann sie auch machen. So, Bill muss zur Arbeit. Äh, mit Komplizen verschwören. Okay, dann müssen wir erstmal Komplizen treffen. Das ist natürlich ein Plan. Äh, so. Schon Luca hat jetzt hier die ganze Zeit mitgespielt. Da kann er auch nochmal kurz, ähm, ein bisschen hier mit Amanda rumblödeln. So, Starlight geht das auch super. Das freut mich natürlich. Wir wollen auch ein bisschen mit dem Besen fliegen. Und schon Luca ein Geschenk machen. Können wir das denn so einfach? Äh, freundlich. Geschenk geben. Äh, äh, der Fuchs. Ja, geben wir ihm einfach mal. So, Nora, was ist los? Äh, du kannst mal das Wett machen. Möchtest du nicht? Du hast Hunger. Okay, dann lassen wir dich einfach mal was essen. Lauf mal los. So, Carsten, was ist hier los? Ah, Geschenk gemacht. Ähm, eine Etage zu viel. Gut, wir können hier sowieso gleich schlafen gehen. Wenn Nora, äh, sowieso nur runter geht essen, ist das ja gar nicht schlimm. Ähm, seht ihr schon? Luca kann eigentlich auch mal was essen gehen. Äh, hier Frühlingsrollen. Die sind auf jeden Fall noch da. Und unsere kleine Maus hat auch Hunger. Kann aber erstmal hier oben auf Toilette gehen. So, hier ist wieder was los im Haus. Ist aber immer so viel los. So, Futter ist auch noch da. Und dann gehen wir hier auch noch mal was zu essen holen. So, Mila, was ist bei dir denn gerade los? Du bist ein bisschen durchnässt. Anscheinend warst du gerade dich übergeben, wenn ich mich nicht irre. So, was kann denn die Mila noch machen? Wir haben Kürbisse besorgt. Ähm, hatten wir hier schon vorher Kürbisse? Ich weiß es gar nicht. Äh, Pfirsich. Ne, wir haben keine Kürbisse. Aber Bill hat ja welche geerntet. Oder auch nicht. Bill, wo hast du denn Kürbisse? Da hat er welche. Können wir ja hier mal ein, zwei hinstellen. Dann können unsere Lieben da auch ein bisschen vor sich hinschnitzen. So, liebe Mila. Dann kannst du hier mal... Was können wir denn für ein Zauberwirken? Verwandlungsritual. Okay. Äh, einen traditionellen Kürbis. So, schon, Luca. Du kannst dir auch einen schnappen. Äh, genau. Du kannst mal einen Geist machen. Und unsere kleine Maus macht mal einen Dummkürbis. So, Nora, ähm, du kannst auch mal die Toilette besuchen und eine Dusche nehmen. Und ja, wie es hier munter weitergeht, sehen wir einfach in der nächsten Folge. Ich hatte... Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und dann, äh, bis Freitags, ne? Mach's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.